Diese nette, sympathische Dame ist nebenberuflich Monsterschminkerin und zwar im Moviepark zum Halloween-Horrorfest und sie wird mich schminken. Ich werde hier eine Schusswunde bekommen, ich werde hier eine Schnittwunde bekommen und genau das erwartet dann auch die Gewinner unseres Schrei-Wettbewerbs. Und das zeigen wir jetzt mal, was dann da am Ende rauskommt. Wir machen jetzt nochmal ein Vorher-Bild. Das bin ich vorher und nachher schauen wir uns mal an, wie ich hinterher aussehe. Bis zum nächsten Mal. Diese sympathische, freundliche junge Dame hat das aus mir gemacht. Olympia Große Kreuz, vielen Dank fürs Schminken. Wie war es? Wunderbar, hast dich ganz tapfer geschlagen. Was bin ich jetzt geworden? Ein Zombie, ein Untoter, vielleicht demnächst ein Arbeitskollege von mir. Richtig, denn beim Halloween-Horrorfest sehen Sie alle so aus hier. Ja, natürlich. Wunderbar, ich bin erschossen, erstochen. Zerschnitten. Und es sieht unglaublich gut aus, oder? Hm.